Mein Name ist Dennis Dietrich, ich bin Oberarzt der Stroke Unit der Schlaganfallstation in der München Klinik Halachim. Die erste Welle war für uns eine große Herausforderung. Der Vorteil war, dass wir Vorbereitungszeit hatten, die auch erfolgreich genutzt haben und dann letztlich mit viel Anstrengung gut durch die Welle gekommen sind. Wir haben den Vorteil, dass wir in der Schlaganfallbehandlung schon viel Erfahrung sammeln konnten in der Behandlung schwerkranker Patienten. Das haben wir genutzt, haben Personal weiter fortgebildet, haben gut ausgebildete Ärzte, Pflegepersonal, einfach ein gutes Team schon vorher zusammen gehabt in der Schlaganfallbehandlung, sodass wir die ganze Expertise nutzen konnten, um die einzusetzen, um zusätzlich schwerkrankten Covid-Patienten zu helfen. Der Lockdown der ersten Welle hat uns geholfen, die Kurve abzuflachen und auch abzukürzen, sodass wir mit den vorhandenen Mitteln, die wir hatten, eben gut durch die Welle kamen. Wir sind gut durch die erste Welle gekommen, aufgrund des großen Engagements aller Beteiligten. Natürlich haben wir nun gewisse Anzahl an Personal, sodass wir einer ausgeprägten Doppelbelastung ausgesetzt waren. Deshalb ist es so wichtig, dass in Zukunft die Welle möglichst flach und möglichst kurz abläuft, weil man das nicht für immer so durchhalten kann. Ich bin froh und stolz, wie wir die erste Welle bewältigt haben. Ich bin guter Dinge, dass es uns mit der zweiten Welle gelingt, wenn alle zusammenarbeiten und wenn alle an einem Strang ziehen und wenn alle Regeln so wie vorgesehen eingehalten werden. Man muss keine Angst haben, weiterhin ins Krankenhaus zu gehen, weil alle Maßnahmen unternommen werden, dass man sich nicht ansteckt im Krankenhaus, aber dass weiterhin lebensgefährliche Erkrankungen wie Schlaganfall oder auch Herzinfarkt zeitnah und optimal behandelt werden können. Natürlich ist darüber hinaus die Abstandshaltung, Masken tragen, kleine Gruppen, keine familiären, großen Zusammentreffen, extrem wichtig, um die Kurve abzuflachen, um die Kurve zu verkürzen, da wir alle nur mit begrenzten Ressourcen, uns nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen.